Die Zukunft gestalten, aktiv forschen für wissenschaftlich fundierte Kontaktlinsenpflege. Das ist die Vision der Allergan-Forschung. Diese Vision hat Allergan in bahnbrechende Innovationen und erfolgreiche Produkte umgesetzt. Jetzt läuft der Countdown für den Start in ein neues visuelles Zeitalter. Erleben Sie die neue Dimension der Pflege formstabiler Kontaktlinsen mit TotalCare. TotalCare ist die einfache Komplettpflege für formstabile Kontaktlinsen, die vom ersten Augenblick an auf dauerhaften Tragekomfort programmiert ist. Gerade bei formstabilen Kontaktlinsen führte die ständige Weiterentwicklung der Materialien zu hoher Sauerstoffdurchlässigkeit und zu einer immer besseren Verträglichkeit der Kontaktlinsen. Der Vorteil der hohen Sauerstoffdurchlässigkeit moderner formstabiler Kontaktlinsen kann dauerhaft aber nur bei richtiger Pflege genutzt werden. Mit TotalCare ist es der Allergan-Forschung gelungen, den Anforderungen der Pflege moderner formstabiler Kontaktlinsen gerecht zu werden. Programmiert auf totalen Komfort, von Anfang an. Die TotalCare-Lösung zur Desinfektion, Aufbewahrung und Benetzung zeichnet sich aus durch eine neu entwickelte Kombination der makromolekularen Wirkstoffe Polyxetoniumchlorid, WSCP genannt, und Croquat-L. WSCP und Croquat-L wirken nach dem dual-synergistischen Prinzip. Das heißt, beide besitzen sowohl antimikrobielle als auch hervorragend benetzende Eigenschaften. Das Grundgerüst von WSCP sind die Seitenketten der Trägersubstanz HEC, Hydroxyethylzellulose. HEC ist bekannt als hervorragend benetzende Substanz mit ausgezeichneter Verträglichkeit. Einzelne Bausteine dieser Seitenketten werden gegen antimikrobiell wirksame Bausteine ausgetauscht. Das entstandene wasserlösliche Polymer WSCP verdichtet sich zu einem Makromolekül, das sich nicht in das Kontaktlinsenmaterial einlagert. Auf einem ähnlichen Verfahren basiert auch der Kollagenkomplex Croquat-L. Zusammen mit WSCP sorgt er für antimikrobielle Sicherheit durch eine wechselseitige Ergänzung im Wirkspektrum und durch Benetzung der Kontaktlinse. Die verdichtete Struktur der hervorragenden Wirkstoffe führt zu einer besonders hohen Verträglichkeit aller Bestandteile der Total Care Lösung bei gleichzeitiger effektiver Desinfektion. Die augensanfte Konditionierung der Kontaktlinsenoberfläche durch die Total Care Lösung zur Desinfektion, Aufbewahrung und Benetzung sichert somit Spontanverträglichkeit und Langzeittragekomfort moderner, formstabiler Kontaktlinsen von Anfang an. Der Total Care Reiniger sorgt für eine sanfte, aber effektive Reinigung der Kontaktlinsen. Drei synergistisch wirksame Tenside ergänzen sich auf optimale Weise zu einem Reiniger, der schonend die Oberfläche der Kontaktlinse von Lipiden und Muzinen befreit, ohne dabei die Kontaktlinsenoberfläche zu beschädigen oder die Kontaktlinsenparameter zu verändern. Die von den Tensiden gelösten und umhüllten Ablagerungen werden beim anschließenden Abspülen mühelos von der Kontaktlinse entfernt. Das Ergebnis lupenrein saubere Kontaktlinsen. Das Plus der Total Care Komplettpflege, die automatische Proteinentfernung während der Desinfektion. Material- und Oberflächenbeschaffenheit moderner, formstabiler Kontaktlinsen neigen verstärkt zu Proteinablagerungen. Diese können den Tragekomfort entscheidend mindern. Eine häufige Folge der schleichende Ausstieg aus der Kontaktlinse. Studienergebnisse belegen, bei Routinekontrollen formstabiler Kontaktlinsen sind in 72% der Fälle Proteinablagerungen visuell und mit der Spaltlampe erkennbar. Selbst regelmäßige, tägliche Anwendung abrasiver Reiniger reicht nicht aus, um Proteinablagerungen auf formstabilen Kontaktlinsen zu entfernen. Dies gilt besonders im Randbereich der Kontaktlinse, in Oberflächenspalten, Rissen und Kratzern. Dagegen werden bei der Total Care Proteinentfernung selbst hartnäckige Proteine nahezu vollständig in wasserlösliche Aminosäuren gespalten. Dafür sorgt das isodynamische Enzymsystem mit dem Wirkstoff Subtilisin A. Und das während der Desinfektion. Ganz automatisch. Denn bei der Total Care Proteinentfernung wird einfach mit der Desinfektionslösung einmal pro Woche eine Proteinentfernungstablette in den Kontaktlinsenbehälter gegeben. Die regelmäßige, tiefenwirksame enzymatische Total Care Proteinentfernung verhindert Proteinablagerungen auf der gesamten Kontaktlinse. Frei von Proteinablagerungen und damit uneingeschränkt Sauerstoffdurchlässig sind formstabile Kontaktlinsen so hervorragend verträglich. Total Care. Die einfache Komplettpflege für formstabile Kontaktlinsen mit automatischer Proteinentfernung während der Desinfektion. Programmiert auf totalen Komfort von Anfang an. Total Care. Das Komforterlebnis aus der Allerganforschung. Allergan. Der Partner in der Kontaktlinsenpflege.